Schaut mal, ich glaube ich lebe hier genau richtig, das ist das Feuer, das die Nachbarn machen, in meinem Fenster gespiegelt. Ist das krass oder ist das krass? Und das Feuer ist nicht da, sondern, ein Kabel ist nicht so lang, sondern eigentlich ist das Feuer da. Voll geil! Und da sitzen Menschen rundherum und haben Spaß. Und ich mache mir einen schönen Abend. Liebe und auch Ruhe. Geil!